Buenos Nachos! Senoritas in die Kanale! Mark! As I was saying, Buenos Nachos! Me nombre Gajanes! And it was Mark! Ja, Mark haben wir auch. Mark haben wir auch noch hier. Und Hans! Also, wir euch vielleicht... Prost! Pröst! 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 Pröst ist Schweizerdeutsch für Brüste! Prüste! Oder Prost! Oder Prost! Oder auf Russisch Nazarovie! Nazarovie! Wieso machen wir das jetzt? Nazarovie! Keine Ahnung! Wo war ich? Genau! Wie ihr euch vielleicht erinnert... Halt die Fresse, Mark! Wie ihr euch vielleicht erinnert, haben wir vor kurzem ein Ankündigungsvideo gemacht, in dem wir euch gebeten haben, uns zu sagen, was ihr von uns gerne sehen wollt. Leider hat so ziemlich überhaupt niemand kommentiert, deswegen machen wir einfach, was wir wollen! Selber schuld, Bitches! Für das gibt es die Kommentarliste! Autsch! Ja, wir haben zwei Flickernklatsche und ich hasse die beiden... Dual Light! Für immer! Also jetzt ein kleiner Machen! Was ist das, was wir so machen? Als erstes... Wo sind meine Games? Ah, da! Da ist erst mal Verstiggi! Und wie so machen wir... Also eigentlich... egal! Also... Ja, wir sind nun vorbereitet! Und wir haben das Zimmer aufgeräumt! Sehr aufgeräumt! Ja, sieh nicht so, als ob sie so... Ja, so ziemlich... Lass den Scheiss! Hui! Das hier! Hui! Hadouken! Ja, ja, ja! Beherrschung! Ja, Beherrschung! Also... Dieses Spiel hier... Con... Das... Lass den Scheiss! Okay, weiter im Text! Conker's not Faraday! Diesen lieben Spiel haben wir über einen Monat nicht gepostet! Und nicht aufgenommen! Wir danken euch für eure Geduld! Und unser Abonnententeam! Ihr wahrscheinlich gar nicht habt! Ja! Ja, so ziemlich! Und wir nehmen es jetzt später, also heute wieder auf! Halt! Euch zuliebe! Entschuldige! Nur wegen euch! Entschuldige bitte! Jaaa... Tut uns echt irgendwie ein bisschen leid! Also wir haben jetzt... Was? Nächstes Spiel! Ja, nächstes Spiel! Das hier! Für das super Zeugs! Oje! Namens Nintendo! Top Gear 2! Man konnte es nicht sehen! Äh, wartet! Jetzt sieht man es! Top Gear 2! Wir haben es viermal aufgenommen! Der Grund ist, was nicht einmal hochgeladen wurde! Mark! Grund Nummer 1! War Mark! Ja! Grund Nummer 2! Mark! Mark! Grund Nummer 3! War auch Mark! Nein! Nein! Da war es der Ton! Da war es der liebe Ton! Aber an dem ist auch Mark schon! Mark ist immer schon! Und der letzte Grund war unsere neue TV-Karte, die ein Beschleuniger hat, das ich nicht wusste! Und unsere Konsol dermaßen beschleunigt hat, dass der Ton schneller war! Was das Bild? Der Kopf ist schräg aus der Kamera! Kregou! Und das war auch Marks Schuld! Ey, wisst ihr was? Banala! Autsch! Ich komme auch gleich mit der Flinklatsche! So! Jetzt! Reicht! Mark! Also gut! Hier! Habt ihr noch ein... Was ist das? Was zum Teufel ist das? Das ist ein Wichtiges! Oh doch! Was bist du? Oh Gott! Ich war gerade ein bisschen gecreept! Hier habt ihr ein weiteres Spiel! Willkommen bei Creepypasta! Warum hast du mein Gesicht verdeckt? Halt die Fresse! Damit unsere Abonnenten auch mal ein bisschen Urlaub von deinem Fresse haben! Es ist wie ihr vielleicht gesehen habt Mario Party, Heinz! Führer seid wir! Ja, da werden wir uns doch mehr an die Kehle gehen als jetzt schon! Wir machen es einfach fertig! Vor allem bei Mark! Stiggis Idee war es! Stiggi hat es gerne! Stiggi ist Stiggi! Also vor allem bei Mark! Ich will einfach, dass ihr seht, wie ihr... Also hört, wie wir uns gegenseitig umbringen! Weiter im Text! Äh... Genau! Du bist doch einmal dran! Stimmt? Perfekt Dark! Ah! Lass den Scheiß! Man sieht es so gut! Äh, ja... Dieser Spiel ist ein sehr guter Regen-Shooter! Also die Lampe... Autsch! Regenstein! Stiggi und ich... werden es... durchspielen im Code-Modus und wir werden es battlen! David! David! Autsch! Und wir werden es battlen! So wie wir gerade uns battlen mit Mark! Ja! Ja! Oder battle das... Egal! Spiel keine Rolle! Stiggi, du bist dran! Ich hab's gesagt! Ja, Stiggi ist dran! Und die Fliegenklotche ist weg! Stiggi ist dran mit... Leider... Leider... Mario Kart Super Circuit! Wie oft haben wir es jetzt aufgenommen? Viermal! Viermal! Und es hat nie wirklich geklappt! Wer gut? Mark! Zum grössten Teil! Ich glaube es gab auch noch andere Gründe... Warum?! Mark ist schuld! Ausprinzig! Und äh... Weiss ich genau was die beiden jetzt wieder machen... Aber auf jeden Fall... Ich hasse dieses scheiss Spiel! Mark hasse es auch! Rego hasse es glaube ich sogar auch ein bisschen! Und ja... Deswegen... Ja... Wir müssen es halt machen! Ja nein... Haben es versprochen! Wir ziehen es durch! Mit Tränen in den Augen! Dann noch... Wie bereits angekündigt... Super Mario Bros. 2? 1! 1! Super Mario Bros. 1! Auch so schlimm! In Englisch! Das ist äh... Es ist ein cooles Spiel... Aber wir... Gehen so oft drauf dabei! Wir gehen echt oft drauf! Hör auf! Nicht so mehr touchen! Alter! Au! Au! Oh Gott! Wir gehen oft drauf! Und warte! Geht jetzt so einen Aufpass drauf! Ah! Jetzt kommt etwas Erfreuliches Leute! Etwas Erfreuliches? Ja! Hallo! 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 Ich meine einfach... Hallo 1! Hallo! Hallo Bitches! Ja manch! Digi will mir die Fliegenklatsche auch! Hallo! Hallo! Banana! Ist es dir wert oder was? Banana! Ja! Hallo ist mir die Fliegenklatsche wert! Baba! Autsch! Gut! Fertig! Hinten wir mit dir! Dann kann ich doch Marc in einen anderen Stil ankommen! Ja! Warum wirfst du die ganze Scheisse meine Spiele? Ich wusste doch nicht, dass du deine da hingelegt hast! Ja hab ich! Hast du ja gesehen! Okay! Wir haben schon lange versucht! Doch! Ich habe immer bei diesen beiden gescheitert! Weil es scheisse ist! Ja! Ja! Moment! Moment! Das ist scheisse echt einfach! Super Smash Bros Bros! Ihr wisst wie das aussieht! Ja so ungefähr! Marc ist gut! Wir brauchen auch mal eine Pause von deiner Fresse! Ja gut! Jetzt haben sie von allen Fressen eine Pause gemacht! Nein! Von deiner nicht! Ich brauche einen Schluck! Nachher! Super Smash Bros! Melee! Melee! Wie man es auch aussprechen will! Marc kann es nicht zeigen! Da! Er zu blöd ist es aus dem Licht zu halten! Nein! Ich denke den Fressen! Jetzt seht ihr es! So ungefähr! Autsch! Das waren meine frischen Ohrringe! Fuck you! Oh! Gut! Dann haben wir ihn abverzieht! Und dann kommen wir zum Schluss! Zum Schluss! Ja das schlimmste Spiel von allen! Mario Bros! Nein! Mario Super Bros! New Super Mario Bros! Wii! Yeah! Marc ist zu blöd hätt zu sagen! Es ist ziemlich scheisse! Du hast es noch nie gespielt! Halt dich! Ja es ist trotzdem scheisse! Es wird ein ziemliches Chaos geben! Ja so ziemlich! Italiener killen! Ja und Pilze! Und er betascht mich schon wieder! Warte! Wo ist die Flieger klatschen? Nein! Nicht die Flieger klatschen! Ey! Wenn wir sie zu oft benutzen, gewöhnt er sich daran! Das ist doch noch nicht gut! Wir können es immer ins Gesicht schlagen! Wir können auch anfangen mit einer Keule auf hinein zu prügeln! Nein es raucht! Hey! Der Balkon brennt! Es riecht! Es riecht! Nein! Was redet Marc! Es ist deine Schwester! Deine Schwester ist alles am rauchen und Marc glaubt das Haus brennt! Ja! Ja ich glaube wir haben alles gesagt! Ich würde sagen Stäbseli! Wieso Mann! Kannst du das nicht begreifen! Es ist unsere zweite Aufnahme! Ja wir haben zwei Videos aufgenommen! Nachher entscheiden wir welches besser ist! Und das machen wir dann hoch! Wir versuchen es zumindest! Und vielleicht machen wir später noch so The Lead of Seams! Ja das noch! Verdammte! Also was noch meine Frage ist! Wie sieht das eigentlich aus? Machen wir noch eine Let's Show von GTA V? Es wäre praktisch da es neu rausgekommen ist! Ja! Aber es gibt sicher schon hunderte Dosen! Ja! Es ist GTA! Ich bin kein GTA Fan! Tut mir leid! Aus der Schule! Es ist halt ein Standard 0815 Spiel! Genauso wie Call of Duty! Es ist dein Standard! Es ist doch kein Standard 0815 Spiel! Nur weil es alle spielen ist es nicht Standard! Doch ist es! Es ist eigentlich äusserst innovativ! Nein ist es nicht! Doch GTA geht immer mit der Zeit! GTA 3 war schockierend für seine Zeit! GTA 4 sowieso San Andreas erst recht! Sowieso nicht! 3 ist San Andreas! Nein San Andreas kam noch da! Es gibt 1, 2, 3 San Andreas äh 1, 2, 3 White City, Liberty City San Andreas 4, 5! Wieso? Weisst du was! Das ist mir alles scheisse egal! Ich hasse GTA 5! Es ist mir scheisse egal was ihr dazu denkt! Bis vor kurzem hast du noch rumgestürmt dass du es spielen willst! Ich habe nur gesagt wir könnten einen nicht Show machen! Du hast die ganze Zeit gesagt! Das wäre ein Vorschlag! Die ganze Zeit hast du gesagt! Von vor dem Video hast du die ganze Zeit gesagt ich will GTA 5 spielen! Ja ich will mal sehen wie es ist! Du bist sogar geschmollt auf dem Sofa! Du hast gemollt! Ist doch gemollt! Du hast gemollt auf dem Sofa! Du hast gemollt auf dem Sofa! Leck mich so am Arsch! Ich schwöre ich hasse dich! Dein Bier ist im Wegsteig! Miss Cousy! Er hat sogar gemollt auf dem Sofa! Er wolle dass er spürt! Hab ich nicht! Lass den Scheiss! Aufräumen! Es ist einfach... Nein das kann ja echt nicht sein! Mark! Die Wahrheit muss gesagt werden! Nein es stimmt nicht! Hast du Erinnerungslücken? Ja ich hatte! Ja so ziemlich! Okay jetzt erklärt es noch einiges! Gut dann äh... Ne 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 ne! Das war genial! Das war genial! Das war genial! Das war genial! Creepypastart! Ja genau Creepypastart ist übrigens mein Kanal! Wollten wir eigentlich nicht erwähnen! Aber wenn es Mark schon macht... Da kommt dann die Holzer Series! Alle Teile! Mit mir und... Stiggy! Wollt ihr Rausch machen? Wollt ihr Rausch machen? Ja genau das erste Video! Tschüss zusammen!